Ja, weil seit Jänner leitet diesen Chor, der heute übrigens mit 14 Damen und einem Herrn angetreten ist. Der Herr, das ist der Martin am Klavier und 14 Damen und die werden heute erst mal so richtige Feuertaufe erleben. Deshalb bitte um eine ganz kräftige Unterstützung für unsere Chordamen, weil geleitet wird seit Jänner von der Michaela Wolf-Maringer. Und jetzt begrüßen wir Sie recht herzlich, unseren Frauenchor aus Oberperfus. Vielen Dank. Warte, da ist er, jetzt passt, danke. Wir begrüßen jetzt auch die Frau Bürgermeister Johanna Obojes-Rubatscher. Herzlich willkommen, sie ist jetzt trotz eines privaten Schicksalsschlages heute zu uns gekommen. Wir begrüßen Sie recht, recht herzlich. Und jetzt drücken wir die Daumen unserer Michaela und den charmanten Damen und sie präsentieren uns als erstes die kleine Nachtmusik. Zähnein. 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 Ja, mit kleinen Melodie, die schönen Papier, die alle lieben sie. Ja, mit kleinen Melodie, mit ihren Papier, 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 Papier. Ja, mit kleinen Melodie, mit ihren Papier, 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 Papier. Ja, mit kleinen Melodie, mit ihren Papier, 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 Papier. Ja, mit kleinen Melodie, mit ihren Schrauben schickst unsere kleine Nacht gut sie. Ja, mit kleinen Melodie, wie ist es immer, wo man kann man sagen. Hofer, Papier, 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 Papier. Stör. Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder bist? Du hast mir mein Herz genommen, weil du auch dich verstehst. Ich bin ein Bayern-Zug, bin auch ein Mensch wie du. Ich bin ein Bayern-Zug, bin auch ein Mensch wie du. Ich bin ein Bayern-Zug, bin auch ein Mensch wie du. Und liefst du einen anderen, so sag es bitte mich. Ich kann es nicht verfahren, mein Herz steht nur für dich. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ich bin schon zufrieden, wenn du dir an mir reißt. Ein herzlichen Dankeschön dem Frau-Chor Oberbergus unter der Leitung von Michaela Wolf-Marieger. Gut ist gegangen, danke. Und ein Dankeschön auf den Martin am Piano. Jetzt gibt es einen schneidigen Landler. Achso, jetzt gibt es einen.